also herzlich willkommen und das war mit er ab und mir was er ja so wie er im kurs guter und wir müssen als erstes Helms Klamm verteidigen meine Aufgabe wird am Anfang erst mal sein die Elben zu aktivieren und ähm den Klammwald zu schützen Patrick wird von Oberhalter das Tor sichern ja und jetzt warten wir nur noch, dass die sich endlich rüsten das Gegner respektieren und dann wären wir dann soweit ja Patrick oh, wenn sie dann mal fertig werden ja damit anfangen ja gut dann fangen wir mal los was haben die Elben schon aktiviert, wenn sie noch nicht da sind das ist nicht leichter so, weil sie die Lava läuft dann Pada, wo sind Sie? Hast die Lava bereits aktiviert? Lava läuft, ja Ok, jetzt kommen Sie! Wo denn? Ach da! Wenn ich den jetzt treffen würde, dann hätte ich aber gelacht wenn ich den jetzt treffen würde, dann hätte ich aber gelacht wenn ich den jetzt treffen würde, dann hätte ich aber gelacht weiß nicht welcher wer ist ich schieße einfach auf dann mal rechts ich stelle mal ein äh, meine ah, gut, ist schon dann ist der Typ, der auf den Klammerl zukommt, dass es äh, sehr wahrscheinlich ich sehe schon ich denke mal, der Klammerl fällt jetzt gleich am Anfang wieder der andere Typ läuft wieder außenrum yeah, Treffer! ich auch oh, es hat aber auch getroffen ja, bei dir das ist sehr eindeutig nein, ich weiß bei mir das ist der Typ mit dem euren langen Namen da habe ich jetzt einstatt schon getroffen oh, ich glaube, der ist fast not ne, Felix noch nicht hat, äh, Felix eine Eisenrüster ne, der hat auch so eine ähnliche, so eine wie wir ich glaube, ich gehe jetzt gleich da runter und töte den so ey, der kommt mit Enderperlen angeflogen, aber ich habe aufgeholt sehr schön ja, Leute der erste ist damit tot oh scheiße was? bin versehentlich runtergefallen vom Klammerwald oh, verdammt, das war ja auch noch voll unser Zeug rein ich habe bei den beiden Bisten oder unten denn der Nähe der Mauer oder der Anführer ich bin der in der Nähe von der Mauer ja, der haut da an die Ernstatt-Zombiefen, oder? los, ich habe den Zombie geproft Achtung, da kommt Felix ja, ich sehe es ja, ich sehe es ich habe keinen hunger mehr schützt mich patrick ja super also noch ein halbes herz dann nützt die lava dann aber auch nichts mehr super was soll ich denn da jetzt noch nein die klammweiltür ist noch offen welche klammweiltür ich schließe sie wo du das ist so der bleibt gerade in Richtung Klammweilt und Kai Felix versucht sich neu auszurüsten mein Zeug nein der ist zurückgelaufen zu dem Zeug was macht so ich wusste mich jetzt auch aus kann es sein jetzt hat er den Klammweilen die Luftgärten ja ich höre es gerade aber ich schieße mir trotzdem mal weiter ab geile Sache da war es einer weniger wieder nimm jetzt hier mal aber pass auf äh der Ding ist jetzt jetzt scheiße der ist im Klammweil drinne der Mongo wer bitte der holst Felix ich habe ich habe ich habe die Lava Warte schnell ach oh nein jetzt trenne ich auch noch ich so nie alter wir kommen was wird sie mir geben ne das bringt mir auch nicht ich brauch Goldäppel ich habe 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 aktiviert das andere Lager dabei so 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 Felix steht unten am ist unten am Eingang zu der Festung Lager der ist auch in diesem Jahr mehr Lager aber Felix versucht sich gerade unten durch zu werden durchzukommen er brennt das wahrscheinlich ab ich aktiviere die Rehrein guck mal wo Seppler anlaufen kommt ja los mach 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 ich wollte geradezu Lager nicht ich bin wieder ein bei da waren die hoher und ich habe schon überlegt bei der mongol Prozent 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 scheiße drei gelaufen zufällig ein und ich habe eine Werte das Prozent und ich bin schon ausgüben Prozent 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 in der Fahrer er war die Begleiter Prozent so jetzt habe ich jetzt noch eine lange Weile wie du hörst aber sehr schön, ich habe selbst getötet so bin wieder da wochen geht die eigentlich ständig raus wie ich auch als leck wo ist eigentlich Felix schon wieder? Ach da! größer! immer noch am Tor ich ziehe jetzt Sepp ab und schießen ab tu das ne 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 hat er nicht er hat eine Belage muss leider nicht gemacht ist er in der Dings? nein noch nicht, ich schießen ab doch denn ne, haben wir? nein da bist du, guck da hinten ist er gleich sehen gleich sehen gleich sehen er kommt durch oh der hat hier eine Belage auch leider hilf mir! ich bin doch schon dabei oh, hab ihn gekillt ja und ich hab dich ich hab dich ich hab dich ne änderperle ach so aber ich tu jetzt eine hier unten rein Felix hat eine gedroppt ich hab dich ich hab dich ich hab dich ich hab dich ich hab dich